Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Corona-Pandemie hat uns seit über einem Jahr wirklich stark beeinträchtigt. Nun aber sehen wir Licht am Ende des Tunnels. Die enormen Anstrengungen der letzten Wochen und Monate, die Einschränkungen und der Verzicht haben sich ausgezahlt. Sie alle, liebe Bürgerinnen und Bürger, haben die Corona-Maßnahmen mit großer Disziplin und Solidarität gegenüber ihren Menschen mitgetraut. Dies trägt Mundfrüchte. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle ganz hart sicher und sage ein herzliches Vergelt's Gott. Wenn ich mir die aktuellen Corona-Zahlen anschaue, schöpfe ich große Zuversicht und habe die berechtigte Hoffnung, dass wir einen sehr guten Sommer erleben werden. Die Belastung der Krankenhäuser nimmt spürbar, und immer mehr Menschen sind erst- oder bereits zweitgeimpft. Auch der Katastrophenfall konnte aufgehoben werden. Wir gehen also mit großen Schritten in Richtung Normalität. Das alles ist Ihr Verdienst, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Diese großartige Gemeinschaft in Bayern gibt auch mir Halt. Wir haben uns gemeinsam, die heutigen wieder wesentlich besseren Zahlen praktisch erarbeitet. Ich freue mich daher sehr auf den Sommer. Ich bin guten Mutes, dass wir gemeinsam die Pandemie besiegen werden. Ich wünsche uns allen stabile Gesundheit, alles Gute und Gottes Segen.